So, trug dich mal wegen dem Trick. Ich sag, du sollst die Stille, wo du immer abschalten. So, dann machen wir das mal aus. Geht schon los. Das ist ein Dune-Kopf, 2 GB, ne? Das ist ein Dune-Kopf. Das ist ein Dune-Kopf. Das ist ein Dune-Kopf. Und nach dem Teil geht es einfach nicht weiter, weil ich hier oben hänge, da kommt nichts mehr raus. Das darf auch nicht passieren. 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 Ich habe keinen Bock mehr, wenn ich da drei, vier Reverbs aneinander laufen lasse und ein paar Echo wegen den Delays, dass der jedes Mal so rumspinnt. Wäre cool, Leute. Danke! Danke!